Willkommen bei Adamax Deutschland, Andreas Joachim, mein Name und heute bin ich da mit der Jenny Perrefort, das stimmt, wir machen heute, wir machen Fragerunde, 10 Fragen in 10 Minuten, also wir probieren es, ja, nee, wir machen es, wir probieren es, ich muss Stoppuhr anmachen, Stoppuhr anmachen, ja, dass man nicht länger als eine Minute pro Frage, egal ob die beantwortet ist oder nicht, mache ich einfach Schluss, aber erstens, sobald ich die Stoppuhr natürlich gefunden habe. Also es sind bunt gemischte Fragen. Ja, mir doch egal. Alles dabei. Stoppuhr läuft. Also, sobald Sie die Frage gelesen haben, drücke ich hier auf den Knopf. Okay, erste Frage, wann kommt Christella Wie auf den Markt? Christella Wie kommt, sobald wir fertig sind, also geplant war es für 1. Juli, das haben wir verpasst, 2023 und wir hoffen, dass es am 1. Januar kommt, also den Druck wegen Weihnachten möchte ich mir nicht machen, deswegen sage ich, 1. Januar. Okay. 18 Sekunden, was soll da passieren? Neu. Warum sind Sie immer nur so kurz hier? Ja, das fragt mich meine Frau auch, aber sonst in Deutschland, weil wir Frankreich an Laufen halten müssen und in Spanien mehr die Sonne scheint. Und wir jetzt deswegen auch in Spanien noch eine Firma aufgemacht haben, da gibt es ja ein eigenes Video für. Mhm. Und deswegen werde ich noch weniger hier sein, aber natürlich immer mehr als 50% des Jahres. Achso, also deswegen haben Sie Spanien aufgemacht, damit Sie mehr da sein können als jetzt? Damit ich eine Ausrede habe, um in Spanien zu sein. Okay. Gut. Ja. Alles klar. Und außerdem, weil ich hier perfekte Mitarbeiter habe, Stand heute. Wie den Gesichtsausdrücken, der Wagner hier trinken. Und der Wagner, das hier alles sehr gut ohne mich macht, sonst wäre er nicht hier. Das ist schön. Also eigentlich war er nur mit mir hier. Ich gucke auf die Uhr. Eigentlich war er nur mit mir hier und dann seid ihr dazugekommen. Das war gerade so schön, jetzt kannst du es wiederholen. So, die Zeit ist auch um. Okay. Sind Sie beim Lagerverkauf dabei? Nein. Wenn der Flieger fliegt und ich das Ticket buche, komme ich am 23. zurück. Eigentlich komme ich eine Woche vorher schon mal für den 13. September, weil da ist, je nachdem wann das Video kommt, aber noch geheim, das Spiel Ademax Red Devils Bramsche gegen Ademax Borlaus Ippenbüren. Ein Freundschaftsspiel am Mittwoch, den 13. September um 20 Uhr. Das sollte normalerweise stattfinden. Und deswegen komme ich einmal kurz zurückgeflogen. Mitspielen hat mir meine Frau verboten. Aber wir gucken mal, was passiert. Und dann, deswegen komme ich, dann fliege ich wieder zurück. Und dann komme ich auch schon wieder, wie meine Mutter sagen würde, retour geflutscht. Also zurückgeflogen für den Lagerverkauf. Nur für den Lagerverkauf. Nur für den Lagerverkauf. Also wer mich sehen will, im Natura am 23. September, bin ich auf jeden Fall da. Wegen dem Freundschaftsspiel weiß ich schon. Aber da geht ihr ja alle hin. Da gehe, also ich auf jeden Fall. Genau. Und da ist die Zeit auch schon wieder um. Okay. Gibt es neue Projekte, die auf uns zukommen? Privater oder geschäftlicher? Sowohl als auch. Privat ist abgeschlossen. Projekte. Okay. Ist das letzte Projekt gekommen. Da sieht man auf TikTok, auf SoYoApi. Ist das letzte erstmal privat abgeschlossen. Und geschäftlich, ja, Christella V ist, glaube ich, das Größte. Und sonst probieren wir uns marketingtechnisch auf jeden Fall weiterzubilden. Social Media stockt ein bisschen von den, wie nennt man das, von den Zuschauern ist es ja nicht, von den Followern stockt das ein bisschen. Ist mir unbeschreiblich. Da arbeiten wir dran. YouTube stockt auch ein bisschen von den Followern. Die, die uns zuschauen und vorlaufen, die mögen das und verstehen nicht, warum es nicht mehr werden. Aber wir probieren es ohne Werbung oder gekaufte Follower. Das ist vielleicht so ein bisschen der Knackpunkt. Aber ich habe ja lieber wenig, die es gucken, als viele, die es nicht gucken. Ja, das haben wir schon wieder. Okay. Mit wie vielen Mitarbeitern sind Sie damals angefangen? Ja, also alleine. Alleine. Dann kam Frau Waratalingam, die sich aber unbestimmt, also damals Zajag, dann Waratalingam und aus diesem Grund auch knappe sechs Jahre verabschiedet hat, weil sie dachte, sie muss zweimal schwanger werden, was ihr auch geglückt ist. Und daraus zwei wunderbare Kinder erstanden sind, aber ich dann wieder alleine war und mir dann langweilig wurde. Da habe ich eine Wagner gefragt, ob er mir Gesellschaft leistet und dann wollte er sehr viel Geld dafür haben. ist dann auch gekommen und dann waren wir zu zweit. Vor vier Jahren war das, glaube ich, oder Herr Wagner? Am 1. August sind es vier Jahre und ich dachte immer drei, aber dann kam Corona. Dann ist ein Jahr dazugekommen. Also da waren es vier Jahre und dann sind wir von zwei auf 19 zurück auf zwölf. Aus Gründen. Aus Gründen. Zeit ist so, es tut mir leid. Ich wollte mehr sagen. Gibt es einen Plan B bis Z, wenn es hier nicht mehr laufen sollte mit Stromaggregaten? Die Frage mit Stromaggregaten. Wart ihr so mit Absicht gestellt oder einfach nur hier nicht läuft, so wie es aktuell das Produktportfolio ist? So wie es aktuell das Produktportfolio ist. Da wir uns ständig weiter, wir nennen jetzt mal das Wort bilden, also weiter ausbauen mit diversen Produkten, glaube ich, gibt es da keine Probleme, weil ich weder mit Stromaggregaten oder Powerstations oder Dachzelten aufgewachsen bin. Wir machen das so lange, wie das super funktioniert und wir das auch können und sonst können wir, glaube ich, auch Schlipper verkaufen oder was auch immer wir verkaufen möchten. Wir sind mit den Produkten nicht wirklich verheiratet und da mache ich mir eigentlich überhaupt keine Gedanken, weil das Team, so wie wir es haben, auch alle nicht nur aus Stromaggregaten kommen und derartigen. Und mit dem Team können wir eigentlich alles machen. Wir können auch Hüftprothesen verkaufen oder Kniegelenke. So, Zeit ist um, das tut mir aber leid. Gibt es einen Rat, den Sie Existenzgründern geben können? Dafür muss ich Geld nehmen, hat mir meine Frau verboten, offen drüber zu sprechen, weil ich zu vielen Leuten Tipps gegeben habe, beraten habe, dann sehr viel daraus geworden ist. Und Herr Wagner und vor allen Dingen meine Frau mir verboten haben, gratis Tipps zu geben. Aber wir haben einen TikTok-Kanal, so Joachim, wenn ihr das wollt, schaut vorbei. Dann kann ich privat vielleicht mal einen Tipp geben. Aber man kann mich gerne buchen für 20.000 Euro am Tag und dann kann ich auch mal was erzählen. 20 Sekunden habe ich noch, also ich mache es auch für 19.000. Okay. Aber gratis leider nicht. Aber ich kann, glaube ich, sehr viel helfen, weil wir doch mittlerweile sehr viel Ahnung haben und ich vor allem super schlau bin. Das stimmt. Ja. Ich muss immerhin wackeln, gucken, die Gesichtsausdrücke sind super. Knüpft ein bisschen direkt an die nächste Frage an. Was ist Ihr Erfolgsrezept? Mir fällt gerade auf, dass ich meine Mütze nicht aufhatte, die ich heute aufhaben will, weil ich halt, aber ich kann jetzt wechseln dazu. Also die zehn Sekunden nehme ich mir, weil sie eben so absolut gut aussieht. Also Herr Wagner weiß, was Ihr Erfolgsrezept ist. Weil ich bin ausgeschweift, aber wir hatten eben sehr viel Zeit gespart bei der ersten Frage. Es geht darum, dass wenn ich auf dem Kopf nicht rasiert bin, ich mich nicht attraktiv fühle. Deswegen muss ich kurz die Mütze aufziehen. So. Die Frage noch einmal, bitte. Was ist Ihr Erfolgsrezept? Dass ich dumm labern kann. So, das war. Okay, das war kurz und knapp. Wo wollen Sie noch hin? Was wollen Sie noch erreichen? Also ich würde Freitag gerne, dass mein Pilot es schafft, in Spanien zu landen, weil da deutlich mehr Sonne ist als hier. Sonst bin ich eigentlich, ich habe immer gesagt, seit den letzten vier Jahren, seitdem Herr Wagner mir das Händchen hält, wenn es irgendwo ein Blatt Papier gibt, wo ich unterschreiben kann, dass es so weiterläuft bis am Ende meines Lebens, würde ich dieses Papier gerne unterschreiben. Und hin will ich eigentlich gar nichts, gar nirgends mehr, weil ich eigentlich so super zufrieden bin, wie es aktuell läuft. Aber wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich gerne, dass meine Frau nicht altert. Und natürlich noch zwei wunderbare Kinder haben, die sehr schnell altern, 18 werden, dass sie ganz schnell Geld verdienen können, damit sie dann den Opa bezahlen können. So, das hätte ich gerne. Okay. Ja. Gut. Letzte Frage, warum die Basketballmannschaft und das Sponsoring? Wie kommt es dazu? Wieher kommt die Leidenschaft? Die eine oder die zwei? Beides. Beides. Und ganz grundsätzlich? Basketball. Da ich selber Basketball gespielt habe, seitdem ich, glaube ich, 13, 14 bin und jetzt bin ich 28, also 14 Jahre lang. Und bin ich der Sache sehr verwachsen. Und wenn ich helfen kann, helfe ich gerne. Und da halt Basketball. Also ich würde auch Fußball machen, 1. Bundesliga Dortmund zum Beispiel oder sowas. Aber es klappt halt nicht, weil die viel, viel zu teuer sind, die Leute. Und Basketball, einfach weil ich damit verbunden bin. Und Namenssponsoring kommt für mich eigentlich nur in Frage und somit, ja, haben wir das geklärt. Und aus der Region für die Region mit der Region, wie ich immer sage. Und selber dort gespielt? Ja, beide Klubs habe ich selber gespielt. Ippenbüren sogar trainiert, wo wir dann natürlich im glorreichen Jahr aufgestiegen sind in die erste Regionallige. Und jetzt haben es die Jungs geschafft, im ersten Jahr Namenssponsoring von Ademax natürlich aufzusteigen in die zweite Bundesliga. Also wer da die Parallelen nicht sieht, der hat verloren. Und ja, weiter geht's. Das Zeit war um. Wie viel Zeit haben wir denn überhaupt? Das war tatsächlich, das war es schon. Zehn Fragen in zehn Minuten. Also ich hätte ganz ehrlich nicht gedacht, dass wir das schaffen. Ich bin beeindruckt. Dann gucken wir da drauf, auf die Nummer da. Zehn Minuten 44, aber ich habe ein bisschen näher drauf gedrückt. Ja, und du hast ja auch die Fragen gestellt. Ich habe die Fragen gestellt, ja. So, dann verabschauen wir uns. Ja, vielen Dank. Und sagen bis zum nächsten. Also wenn ihr mehr sehen wollt, sagt Bescheid, weil wir können auch schnell. Ich vor allen Dingen. Ja. Ciao. Hat ihre Frau auch gesagt. Ja.